Aufkommen! 300 Meter Hürden der Männer. Zwei Sindelfinger, ein Athlete Helgen Neckar Erbs Eich. Vorne auf der Bank fünf Janik Freas vom Pfeufel Sindelfingen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Au, David Hunger bleibt hängen. Auf der Bahn vier der Sprit der Helgen Neckar Erbs Eich. Vorne eine klare Angelegenheit für Janik Freas. Dahinter sein Teamkollege Florian Slavik.